Das ist Herr Sparfuchs und Herr Sparfuchs fährt seit über 30 Jahren unfallfrei. Deshalb hat er inzwischen die günstigste Schadenfreiheitsklasse bei seiner Versicherung erhalten. Dennoch fragt er sich, ob er für seine Versicherung nicht doch zu viel bezahlt. Also begibt er sich ins Internet und sucht online nach einer preiswerten Autoversicherung. Dabei gibt er bei der Suchmaschine seiner Wahl den Begriff günstige Autoversicherung ein und schon das erste Suchergebnis führt ihn zu den unabhängigen Experten von günstigeautoversicherung.info. Neben einem komfortablen Vergleichsrechner findet er auch viele wertvolle Informationen und Tipps, wie er bares Geld bei seiner eigenen Autoversicherung sparen kann, etwa durch die Zweitwagenregelung oder die genaue Einschätzung seiner jährlichen Fahrleistung. Bei günstigeautoversicherung.info findet Herr Sparfuchs eine riesengroße Datenbank mit den meisten Versicherungsgesellschaften, dazu unzählige Einsparmöglichkeiten, ein Wechsel seiner Versicherung ist ohne Wechselgebühr möglich, er kann seine Versicherung online abschließen und das Schönste ist, seine Schadenfreiheitsklasse bleibt erhalten. Dank der Hilfe von günstigerautoversicherung.info kann Herr Sparfuchs nun 325 Euro sparen und verbringt mit diesem Geld ein romantisches Wochenende mit seiner Frau. Kannst du jetzt bei deiner Autoversicherung mehr als Herr Sparfuchs einsparen? Finde es ganz einfach mit einem kostenlosen Vergleich heraus. Und wie sicher er auch in deryin construiert ist? Der Blipfоки immer als Er Dynasty eine Art T freige Aussage Finde es zu enthalten jetzt keinen Otro der Infos gibt.